Wenn er fertig ist, bekommen wir nachher noch Zusatzpunkte für Geschwindigkeit. Johannes, du solltest vielleicht dazu sagen, dass die das nachher ein bisschen Elan voller nachdenken müssen. Ja, Entschuldigung. So, da musst du ausweichen. Sehr gut. Genau, da musst du es dann geben. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass das Ganze ohne Steuergerät funktioniert. Also alles, was man vorher... Weiter, weiter, weiter! So, jetzt müssen wir ausweichen.